Hallo, ich bin Susi Blau, ich bin Futtermeisterin im Rennstall Recke. Mein Tag beginnt hier eigentlich um 6 Uhr. Ich bin aber immer schon meistens ein bisschen eher da. Ich sperre den Stall auf, schaue, ob alles in Ordnung ist. Und dann geht es zum Füttern der Pferde. Die werden dann kontrolliert. Wenn alle fertig sind, fange ich an, die Sohlebox einzuschalten. Und dann geht auch schon das erste Lot raus. Im Moment teilen wir uns das alles, dass wir Boxen machen bis zum Frühstück. Oder ich mache vorher schon jetzt im Moment gerade die jungen Pferde. Ich reite entweder mit oder so wie jetzt. Die werden angelernt, dass die aufgetrennt werden, aufgesattelt werden, dass die alles kennenlernen. Und ja, das ist auch so mein Aufgabengebiet. So, und das ist Christoph Kolumbus. Natürlich mein absoluter Liebling, weil er noch selber gezogen ist. Und er hat viele schöne Rennen für uns damals gewonnen und darf jetzt Rentner sein. Und unter den ganzen vielen guten, schönen, schnellen oder auch langsamen, aber sehr netten Pferden, ist er natürlich immer noch mein Liebling. Susi for Stable Star for War 2024. Sie ist nicht mehr wegzudenken und ein unverzichtbarer Teil in unserem Rennsterecke. Sie ist am Morgen die erste, die kommt und die letzte, sie geht. Nicht nur unseren Azubis bringt sie viel bei, sondern auch mir hat sie zu meinen zwei Amateur-Championaten verholfen. Auf sie ist immer Verlass. Sie würde zu jeder Tages- oder Nachtzeit, egal ob in oder außerhalb ihrer Arbeitszeiten, zu uns kommen, mit ihrem kleinen, grauen VW Golf an den Stalldüsen und da sein. Damit hätte sie es absolut verdient, für ihr Engagement und ihre harte Arbeit mit dem Stable Staff Award ausgezeichnet zu werden. Und keine Sorge, wir haben das hier im Griff und wenn du deinen wohlverdienten Preis einlöst, werden wir eine kurze Zeit für dich verzichten können. Komm aber bitte wieder.